Echse? Nein! Es war gar nicht die Grau von Smith oder P3, sondern Falo Schuri, Futschmanns Tochter. Es stellt sich heraus, dass du es ganz genau weißt. Der Erreger dieser Krankheit ist ein Hybrid aus dem Erreger der Schlafkrankheit und jenen des Pest-Pazillos. Der Überträger dieser Krankheit ist ebenfalls ein Hybrid und ein Insekt, welches nur bei gelbem Licht überlebt. Irgendeine menschliche Tätigkeit führt zu einem Geschehen. Der Geist streut sich gegen den Strom. Es führt zu diesen Seiten. Er vergisst eine Träne zum Andenken an diese wilden Autoren. Die zeitgenössischen Dichter haben ihre Intelligenz missbraucht. Und das Gebet steht dahinter. Es gibt nur zwei Arten. Sterling kann das immer noch nicht ganz glauben und fährt Essen. Um es kurz zu machen. Ich kenne keine andere Gnade als die, geboren zu sein. Das Gegenmittel heißt 644. Es gibt kein Gegenmittel als jenes, das die Kräfte des menschlichen Geistes enthält. Injizieren. Hätten wir keine Fehler, wäre uns langweilig. Ich verbrenne die Zeit mit dem Studium diverse Romanheit. Und nicht darüber sprechen. Ich glaube nicht, beim Studium des Menschen jemals mit Petrischallen zusammenzutreffen. Die Leidenschaften nehmen mit dem Alter ab. Die Passion nimmt zu. Die Liebe ist nicht eins mit der Poesie. Deshalb muss man die Unordnung studieren. Die Ausbildung von der Poesie drogen. Die Unordnung. Von der Poesie. Vielen Dank.